Ja, herzlich willkommen bei 19 Uhr Kultur. Eine tolle Aktion der Stadt Erlenbach, unterstützt von der Kinopassage Erlenbach und dem Musik-Live-Club Beavers. Viel Vergnügen. Ja, halli, hallo und guten Abend. Heute gibt es etwas Groofiges. Und zwar ist das eine Nummer von Chris Capp. Chris Capp sagt jetzt vielleicht vielen nicht unbedingt was. Aber der hat produziert mit Pharrell Williams. Und Pharrell Williams ist genau dieser, der diesen Happy-Hit hatte. Also der ja ewig durch die Charts ging und so weiter und so fort. Und diesen Hit Leier Leier bringe ich heute zugehör. Viel Spaß. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Just a little air, she'd jump on ya Like a liar She's on fire She's waiting there, around the corner Just a little air, she'd jump on ya Like a liar Just a little air, she'd jump on ya Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Vielleicht sind Sie sogar durchs Wohnzimmer getanzt. Schönen Abend und bis zum nächsten Mal.